Freigespäht. Ähm, ja, da unten ist ein Hafen. So, ich hau ab. Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Ah, so. Jetzt habe ich echt Bock zu zocken, gerade. Daumen nimmt jetzt alles auf einmal auf. Mal gucken, wie weit... Also ich nehme jetzt ein bisschen auf, halt, aber länger. Und das schneide ich dann halt dabei in zwei Parts dann. So machen wir das, ne? Oh, fuck. Ich muss erst mal zu dem einen Unterschlupf, weiß ich nicht. Großstadt, denke ich mal, werde ich nicht mehr kommen. Weil, ähm, damit ist jetzt Schluss. Ernsthaft. Alter! Puh, ist das ne geile Waffe. Die ist ja ordentlich, ey. Nachladen. Schnell weg. Weiter geht's. Dumm, 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 dumm. Ach, cool. Habe ich es nicht gewusst. Boah, wo ist denn das, ey? Ganz da oben. Boah, ey, dann muss ich ja doch durch die Stadt fahren. Nein, 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 nein. Oder ich fahre da vielleicht her. Dass ich jetzt gleich über die Brücke fahre. Und dann nicht nach oben. Weil das ja, sieht man ja, ist nichts, ne? Ey, ey, ey. Da ist er. Genau. Boah. Kacke. Alter. Immer ganz ans andere Ende, ey. Boah. Kinder. Boah. Jetzt kommt wieder das Auto hinter mir, ey. Das ist natürlich immer kacke. Weil die wollen mich irgendwie. Die wollen mich. Die sollen mich mal fragen, ob ich in ihre Gang eintreten kann, ey. In ihrer Homie-Crafting-Gang. Kann ich mal bitte deinen Vater sprechen? Komm, Drecka überfahren. Kann ich mal bitte deine Mutter sprechen? Komm, Drecka überfahren. Kann ich mal bitte deine Schwester sprechen? Komm, Drecka überfahren. Kann ich mal bitte deinen Bruder sprechen? Komm, Drecka überfahren. Kann ich mal bitte mal deinen Oma sprechen? Oder irgendwie so. Komm, Drecka überfahren. Was machst du denn den ganzen Tag? Drecka fahren. Nein, 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 das wird böse, das wird böse. So, fahren wir mit dem weiter. Weil der scheint noch etwas heiler zu sein. Heiler. Kader aufrufen. Ah, das müsste eigentlich jetzt da oben sein in dem Abschnitt. Och, nein. Oder? Was ist das hier? Außenposten, oder? So, die können jetzt nicht so schnell ins Auto einsteigen, das geht nicht. Ich wusste es nicht. Das ist doch so krank, ey. Ihr seid so kranker, Kinder. Da ist es. Was soll ich da heißen? Weißt du, die habt ihr mal? Es kam bei Frauentausch. Und da war halt so eine... Man, die ist die, glaube ich, irgendwie sowas. Die ist Hammer, ey. Die ist sowas von... Boah, nee. Nee, wäre das nur gestellt oder die ist wirklich so scheiße doof, ey. Aber wie sagt man? Dumm fickt gut, ne? Ähm, oh. Nein, muss ich hin. Nee, auf jeden Fall, ey. Was war ihre Ansicht? Die hat auch so eine komische Sprache. Darf ich hier schießen, ey? Ich bleib mal lieber, bevor ich da irgendwann überfahre. Die dann so kommt in die andere Wohnung. Das ist ja immer so, ne? Und... Ey, ihr werdet nicht geschossen. Sie dann so. Was steht da? Hier steht... Ich kann das nicht lesen. Die ist so Hammer, ey. Wo ist das Haus? Oh, hier. Stehenbleiben. Oh, ja. Keine Waffen. Arme ausstrecken. Okay. So. Jetzt will ich mal gucken, was er mit mir zu bereden hat. Moin. 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 Darauf läuft's raus. Ich bin für die gesamte Operation zuständig. Ich werde die Situation ein für alle Mal unter Kontrolle bringen. Ich zeig diesen Kindern, wie das geht. Mein erster Befehl, werden sie Bantuvelos. Ein Neuanfang mit allen Konsequenzen, verstehen Sie? Sie finden ihn in der Brauerei. Seine Wachen sind bei ihm, es könnte einen Kampf geben. Ich zahle gut. Hier sind die Details. Okay. Speichern. Speichern ist am besten. So. Ich werde in Porzellan sein. Kommen Sie nachher da in mein Büro. Okay. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg bestimmt zurück, ey. Ich kenne das doch. Yo. Yo, 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 alter. Fuck. Na ja, jetzt kann ich noch mal da hinfahren. Kannst du damit sagen, ein Söldner bombardiert unsere Jungs mit Parasiten. Möglich wäre es. Ja, vielleicht. Hey, was hast du da in Haaren? Ich will mal kurz noch was machen. Ich brauche halt keinen Stress. Das war's schon. So, dann fahren wir mal zu dem Typen da und klar umbringen. Das ist noch das Einzige, glaube ich, wofür ich gemacht bin. Aber ein Auto wäre nicht mal schlecht. Äh, nicht schlecht. Das war so eine alte Knutschkugel-Kiste hier. Aber ist auch so ein Hinterkopf-Örnchen. So. Kade. Bestimmt am anderen Ende, ey. Ohne Scheiß, ey. Bestimmt. Ich würde mal sagen, die Mission machen wir noch. Und dann machen wir erstmal eine kurze Aufnahmepause dann. Und dann sehen wir mal zu, dass wir es schaffen. Ich schwör dir, ey. Das ist ganz am anderen Ende. Komm, wir haben tausend Wachposten, Autos entgegen, alles, ey. Da wusste ich's doch. Ich kann gleich schon raussteigen. Nein! Sehr schöne Waffe. Die haben aber auch nichts für mich, ne? Jetzt mache ich mal kurz mein Gewerk heile. Ah, ist auch wieder eingerastet. Das ist das Geile bei Fakurzai, dass es halt Waffen, wenn halt Staub drin ist, Dreck und sowas. Dass halt dann die Waffe auch mal verstopft oder halt klemmt. Ist, wenn man dann umpasst, wenn man gerade schießt. Also, wenn man halt Gegner hat. Aber gut. Sonst wäre es ja nicht so spannend. Ich wusste es. Ey, komplett am anderen Ende, ey. Da muss ich durch die Stadt einfach fahren. Ach, nein, 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 nein. Was ist denn da? Da läuft doch einer. Das ist immer so normal, ey. Das rumgefahren. Oh, 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 meine Frames. Geht auch mal im Keller. Kann ja auch mal passieren. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt in die Stadt fahren, ist da irgendwas Böses? Also, ist da irgendwie noch... Mal schauen. Das würde mich schon mal interessieren. Oder runter. Ich habe nichts gemacht. Nichts. So. So. Ach, so. Aber wenn das wirklich schon das Ende sein sollte nachher, also beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme, das war schon nicht amal. Da muss ich echt mal gucken, was für nächstes Thema kommt. Also halt, was ich jetzt gerade am Laufen hatte, ob jetzt Half-Life 2, ob ich das weiterlaufen lasse. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt sehen wollt, von den Sachen, die ich im Moment gezockt habe. Da ist ein Außenposten. Schon mal kurz einmal mal reparieren. Ob ihr, sagen wir mal, Half-Life 2 sehen wollt, Disornored, oder lieber Call of Duty 2. Das müsst ihr mir sagen, damit ich mich drauf vorbereiten kann. Schreibt es in die Kommentare. Wäre echt geil, was ihr so gucken wollt weiterhin an Themen. Was ich natürlich auch habe. Jetzt nicht irgendwie sagen, ey, ich will, dass du Fuck-Ride-Reizockst, oder ich will, dass du Hitman sowas so zockst. Nein. Erstmal die Themen, die ich hatte, zu Ende bringen, ist klar. Was ist das denn, ey? Komm, scheiße, der Wund drauf. Nein! Ey, fickt euch. Oh, fuck, ey. Ach, nein. Ey, fast am Ziel, ey. Du bist abgeknallt, ey. Für den Porzellano sein. Kommen Sie nachher da in mein Büro. Ey, fuck. Ne, darf ich jetzt nicht. Man soll auch immer ein Land spielen, wenn man, ne, wenn es Spaß macht. Sondern bleibe ich hier stehen. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Far Cry 2 mit mir, Ingo Viva. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr haben wollt, was als nächstes kommt. Dann nach Far Cry 2. Vielleicht kann man ja irgendwie mal gucken. Ich lose es vielleicht aus. Aber wenn jetzt nichts kommt, dann lose ich halt aus. Dann mache ich irgendwas, was ich ziehe. Aber wenn ihr irgendwie da was geschrieben wird, wenn ihr sagt, oh, Half-Life 2 weitermachen oder Dishonored oder halt Call of Duty 2, dann sagt mir Bescheid. Schreibt in die Kommentare und dann werde ich vielleicht euren Wunsch erfüllen. Darf ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Mit mir, Ingo Viva. bei Call of Duty 2. Bei Far Cry 2. Tschüss.